Mein Name ist Wolfgang Horek und ich bin Vertriebs- und Marketingleiter bei der Firma Elektroautomatik in Viersen aus Nordrhein-Westfalen. Das Besondere an unseren Laborstromversorgungsgeräten ist die flexible Ausgangsstufe. Dies erlaubt, wesentlich mehr Geräte an einem unserer Laborquellen zu testen. Und bei den elektronischen Lasten ist es so, dass die dem Prüfling entnommener Energie nicht in Wärme einfach verwandelt wird, sondern in das Netz zurückgeführt wird und somit viel Energie spart. Die Firma Elektroautomatik gibt es seit 1974 am Standort in Viersen. Und wir sind einer der innovativsten und führenden Hersteller von Laborstromversorgungsgeräten und elektronischen Lasten in Deutschland und in Europa. Und wir verkaufen unsere Produkte an die Industrie, an die Forschung und Entwicklung und an die Chemie. Die chef Die Leute in der Vereine Die haben, in Europa, in Europa, in Europa, in Europa. Die haben, in Europa, in Europa, in Europa, in Europa, in Europa keine Lust an die Welt. Vielen Dank.